Dieser Filter entscheidet jetzt, welche Tuchmaske ich machen muss. Eine Eier-Tuchmaske? Habe ich sowas überhaupt? Lass uns mal nachschauen. Öffnen. Schauen wir mal nach. Also hier ist sie definitiv nicht, denn hier ist alles nur von Disney. Aber in diesem Ding hier habe ich noch ganz viele andere Tuchmasken. Suchen wir einfach mal los. Hier haben wir eine Waffeltuchmaske. Die brauchen wir allerdings nicht. Hier haben wir Wassermelone und Mango. Die wäre jetzt mit Popcorn oder doch Regenbogenkuchen. Oh, da ist was. Da ist was. Ich habe es gesehen. Oh mein Gott. Das hier ist eine Spiegelei-Tuchmaske. Manchmal frage ich mich ja, warum ich sowas überhaupt zu Hause habe. Oder habt ihr zu Hause etwa auch eine Spiegelei-Tuchmaske? Sie riecht auf jeden Fall nicht nach Ei. So sieht die jetzt aus. Irgendwie richtig witzig. Ich wollte wirklich schon immer mal ein Spiegelei sein. Mama, ich bin ein Spiegelei.